Mit PA Gateway können Sie Ihre Pressemitteilung ganz einfach mit nur einem Klick auf Presseportalen in Newsdiensten und auf Social-Media-Portalen veröffentlichen. Der Link-Report erstellt eine übersichtliche Liste mit Links zu allen Portalen, auf denen Ihre Pressemitteilung veröffentlicht wurde. Zusätzlich erstellt der Report eine übersichtliche Auflistung der Suchergebnisse Ihrer Pressemitteilung in den wichtigsten Suchmaschinen, unter anderem Google, Yahoo und Bing. Um den PA Gateway Link-Report anzufordern, klicken Sie auf Übersicht-Mitteilungen. In der Übersicht werden alle versendeten Pressemitteilungen aufgelistet. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, einen Link-Report anzufordern. Klicken Sie dafür auf den Button Report. Die aufwändige Recherche nach Presseveröffentlichungen im Internet hat für Sie ein Ende. Der Link-Report zeigt Ihnen an, wann und auf welchen Portalen Ihre Pressemitteilung veröffentlicht wurde. Außerdem ermittelt der Link-Report die Ergebnisse der acht bekanntesten Suchmaschinen. Sie haben die Möglichkeit, den Link-Report als PDF-Datei, Excel-Datei oder CSV-Datei abzuspeichern. Über den Clipping-Link können Sie die Meldung direkt auf den einzelnen Portalen aufrufen. Mit PA Gateway machen Sie Ihre News und Mitteilungen mit nur einem Klick öffentlich und erreichen mehr Kunden- und Medienkontakte in kürzerer Zeit. Überzeugen Sie sich und testen Sie PA Gateway 14 Tage lang kostenlos und unverbindlich. Wir freuen uns auf Sie! Trennen 3 7 Es wird Neues